Hey! Ihr Liebes, in Deutschland soll es doch so kalt sein. Ja, hab ich selbst gestrickt. Die Deutschen sollen doch so dreckig sein. Die Deutschen essen Schweinefleisch und Menschen. Echt? Die essen Menschen? Ich werd euch alle mitnehmen, nachher mal ja. Hier sieht's aber seltsam aus. Sieht ja genauso aus wie bei uns. Eine Riesenrat, oh nein, hier gibt's Riesenrat! Und das ist unsere eigene Toilette. Und was ist das für ein komischer Stuhl? Oh! Wir dürfen die Geschenke doch vorher nicht sehen. Die sind ja gar nicht verpackt. Familie, ich habe Überraschung. Wir sind jetzt Deutsche. Was sind die denn jetzt? Türken oder Deutschen? Deutsche? Nein, ich habe in ein Haus gekauft. In Türkei. Super. Ach, in Heimat. Warum das denn? Wir waren alle zusammen. Wie früher. Früher haben wir auch alle in ein Auto gepasst. Krass, ey, hier steht, dass die Bundeskanzlerin anbetend sein wird. Und dass sie sich freuen würde, wenn du als einer Million und erster Gastarbeiter etwas zum Anderf sagen würdest. Hey, Angela! Wo ist das Problem? Ich komme aus dem Osten, du auch, wir beide in der Office. Oder vielleicht sollte ich besser singen. Alles Gute. Ich treue ein Herz, ich habe sicher andere und seinen eigenen Flüchtigen, Und eine vaccinationsat numbness. Aber ris fizische Be HAB ist das warm. Eh, ich dachte nur an der Aufwand, ich glaube an cosechus, Oh meinniushade wird die Karoff версsteller Ginsburg. Значит wird wird das direkt sehen. Wie früher er ist das glücklich neck für schmeckte,